So Leute, es gibt eine neue Win-Compilation. Let's go! Und zwar genau, My Edition. Das sind die neuesten Clips. Ja, curated and edited by... Das ist ein Vogel? Ne, das ist ein Hund! Oh Mann! Sieht lecker aus. Würde ich gerne essen. Oh, das sind Zimtschnecken, ne? Oder das ist ein Brötchen? Oh ja, sehr lecker. Bisschen Kaffee. Junge, wie das als Taube. Ich würde auch. Wie er einfach auf dem anderen chillt. Und der andere sagt, Jo, Junge! Verpiss dich! Ich... Alter, sieht das creepy aus. Das ist irgendwie so eine Webcam, die aussieht wie ein menschliches Auge. Alter. Macht die das echt, die Katze? Was? Was geht denn bei der ab? Oh, das habe ich schon auf Twitter gesehen. Irgendwer hatte das da gepostet. Das ist so eine... Stimmt, ich glaube für den Kliemann. Ähm, so ein Speaker, der halt auf... auf... ja, auf irgendwas reagiert. Okay. Bounce in der Trampolin forward. Ah, Delia, oi. For five. Thank you. Muss er auf Toilette, oder? Nein! Das ist so ein Lieferfahrer, der wollte unbedingt aufs Trampolin. Was für ein geiler Typ. Alright, thank you. Ich habe nicht so viel Ahnung von Musik. Ist das so krass? Aber bestimmt. Junge, was... Oh Gott, Alter. Stellt euch mal vor, in eurem Haus ist ein Bär. Oh Gott, und die Hunde seid ihr denn beklop... Oh Gott, der zerf... Okay. Okay. Ich verstehe es nicht. Die haben... der eine übernachtet bei dem anderen, oder was? Was ich viel krasser finde, Mann, die können Ski fahren. Ich war... leider diesen Winter... überraschenderweise... war ja irgendwie... irgendwie war ja was los, diesen Winter. Konnte man ja leider nicht Ski fahren. Es sei denn, man wäre irgendwie in die Schweiz gegangen, da wäre das möglich gewesen. Aber ich habe mir dann gesagt, nee, es ist momentan einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Und deswegen war ich ein bisschen... war ja viel wandern. Ähm, mal ein bisschen den einen oder anderen Berg runterrodeln. Das war... das war so das Maximum. Aber ey, um Gottes Willen, war mega geil. Ja, haha, haha, haha. Dann habe ich zu keinem. Ja, haha. Ist der gut? Ah, hier, wie heißt das? Ah, wie nennt man das nochmal? Schreib's doch bitte in den Kommentaren, wie nennt sie das so ein Flip? Flip... Was? Alter, wie geil ist das denn? Ich hätte gern mehr davon zu... Menü? Menü? We can use the output from the decoder to move the cursor, instead of the joystick. Page still moves the joystick out of habit, but as you can see, it's unplugged. He's controlling the cursor entirely with decoded neural activity. Okay. Also ob, er kann das einfach steuern. Oh ja, jetzt haben wir Bayern München-Fan oder was? Das ist ein deutsches Video. With edible silverleaf in a knife, I traced circuits into the chocolate, add a microcontroller, and I could detect when parts of the rabbit were bitten. Was? Like, to hell! Like... I can't feel my foot! Ha, 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 ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Als ob, er hat so ein Stück Schokolade, einfach so verkabelt, dass sozusagen so ein Speaker direkt weiß, welches Stück angeknabbert wurde und er dann einfach sagt, aah, du hast grad meinen Rücken weggesnackt. gesnackt Einfach auf dem laufwand Oh ja, da vorne ist eine dicke fette vierer gruppe Das frage ich mich immer wie ist das möglich so dass der zum beispiel bei er ist ja irgendwie in dem punkt punkt käfig Irgendwas mit f käfig, aber das sieht so creepy aus ich habe auch so angst vor strom Okay, ne hölzerne utzi Perfekt für jenga Das sieht schon ziemlich geil aus Die haben einfach einen vogel nachgebaut Die leute haben auf jeden fall viel zeit mittlerweile Geiles ding Fährt einfach bis in die wand hoch. Kein problem Wie geht das durch unterdruck oder irgendwas Moment mal da fehlt doch irgendwas Das ist doch ihre ich glaube das ist irgendwie kitten aber warum hat sie die jetzt da hoch geworfen Ist es das miniatur wunderland oder ist es irgendwie sowas anderes Es sieht doch das müsste das miniatur wunderland sein Ja, ich glaube es gibt nichts anderes Oh ne er ballert jetzt Oh, das war so klar Oh, so ein süßer ey Ich liebe hunde Oh nein, wieder diese komischen boston dynamics oder wie das heißt So was brauche ich ich hasse es sachen einzusortieren also so zu falten Ja, aber was ist wenn es auf die andere seite fällt also wenn man wenn es ist wenn es so klappt Hat jemand eine ahnung was das sein soll Das ist ja geil Junge einfach lego domino maschine Ich war immer viel zu Ungeduldig Modern solution for us als auf die sind in diesen dingern drin Damit man sich nicht ansteckt Was macht denn die turtle da Sag mal du schildkröte das ist ein dicker tiger äh löwe Der sieht doch einfach Der hund vertraut seinem herrchen auf jeden fall Oh das war's Jo Oh das war's Bis zum nächsten Mal.